Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Gyeongchang Impact. Jongkyung, weiter geht's, hätte ich gesagt. Ich bin jetzt zwar nicht der größte Fan scheinbar von ihm und auch die Story war jetzt nicht so der Brille. Aber hey, vielleicht wird es noch besser. Das ist die blöde Mutprobe. Das ist dann, wenn ich es ohne ihn sauf, ne? Ich glaube, das wird alles eine Enttäuschung. Nochmal am Anfang wieder weiter. Spiel fortsetzen. Nein. Nichts ist wie ein Tealeaf. Geh weiter. So, treffen wir uns wieder da. Dann sitzt du uns wahrscheinlich wieder voll mit. Oh, hast du irgendwelche Geister gesehen? Oder einen McDonalds? Ich habe keine Ahnung warum McDonalds, aber egal. Wann ist es? Warte, jetzt können wir kurz was schauen. Wann ist es genau so weit? 25.01. Hä? Start? 25.01. Hä? Okay. Ach, bestimmte Sachen gehen, da stammt ein Ding los, Alter. Jetzt online, Inhaltsseite. Achso, ja gut, die Inhaltsseite interessiert mich den Scheiß. Am 4.01. Also schon morgen. Ab... Zeit der Aktualisierung. Am 4.01. 23 Uhr ungefähr 5 Stunden. Bei der 4.01. Es ist doch erst Mittwoch bereit, oder? Jetzt mal den 3.01. Montag. 4.01. Dienstag. Ah, scheiße. Oh egal, weiter. Los, Chong-Yung. Entschuldigung, hast du verabschied... Oh, mein... Ich bin Chong-Yung. Die weibliche Geisterte. Es ist meine Aufgabe, sie zu verabschieden oder zu zerstören. Und schützen die Bürgerinnen hier von ihren weiblichen Geistern. Wir wurden als Werte aufgetragen. Es ist Arbeit, das muss sich getan werden. Much wie jeder andere Arbeit. Das ist alles. Ja, wahrscheinlich wirst du ständig verarscht, wie es ausschaut. Entschuldigung. Entschuldigung. Entschuldigung von deiner Antworten. Es scheint, dass du nicht in den Regeln der weiblichen Geisterten bist. Aber das ist entstanden. Wenn ich mich gefragt habe, hast du, dass du heute noch etwas ganz anders gesehen hast? Manchmal sind sogar die größten Situationen... Oh... In diesem Fall... Ich glaube, ich werde nur... Aber wenn du in... Ich habe eine Fliege... Dann... Und... ...Cases wie diese... ...might actually be worth our attention. Probe des Mutes, das klingt doch wie eine einfache Ankündigung, oder? Eine einfache Ankündigung, oder? Ich denke, etwas strange muss auf dem Test der Gäste passieren. Ich glaube, dieser sogenannte Test... ... sollte man wie ein Test der Metal sein. Sein Ziel muss es sein, die Wille und die Macht der Exorzisten zu versuchen. Äh... Denkst du, dass ich nicht die... Oh ja. Das hat sich vielleicht ziemlich weit hergeholt. Vielleicht sollte ich ihm das einfach sagen. Ich wusste nicht, dass du dir das so nahe lehnen würdest. Was meinst du damit, bist du krank? Äh... Entschuldigung... Ich wusste nicht, dass du dir das so nahe lehnen würdest. Ähm... Unstabelt. Du weißt... Emotionally. Es schafft mich manchmal sehr unkomfortabel zu werden. Diese Tendenz, dass es schnell aufgerufen wird, ist das, was die Leute nennen, ein pure Yang-Spirits. Leicht in die Luft gehen? Das sieht man dir gar nicht an. Ja... Well... Suche eine Konstitution ist sehr rar. Aber es ist eine potente Wege für einen Exorzisten. Meine Konstitution alleine ist, die zu scharren, die scharren, die scharren. Aber ich muss mich immer auf meine Emotionen fokussieren. Ansonsten könnte ich leicht etwas aus dem Kontrollen machen. Insofern... Ich habe diese Kluge aus einem Ozean von Informationen gefordert. Ich kann nicht glauben, dass sie alle komplett irrelevant sind. Oh nein... Ich fühle mich trotzdem ziemlich unkomfortabel. Es ist das Wetter, das in meinem Kopf growing. Ich... Ich... Ich kann nicht breathieren. Nein... Ich werde dir okay. Ich bringe ein paar Popsikel mit mir, für solche Situationen. Ich fühle mich jetzt viel besser. Warte, hat er das mit drei Bissen jetzt wegfressen? Das war fucking Eis. Ich meine, mir ist klar, dass das ein Eisfunzi ist, aber trotzdem... Was für eine unkonstitutionelle Lösung. Es ist ziemlich effektiv. Ich bin immer sicher, dass ich ein paar Popsikel mit mir bringe, wenn ich rausgehe. Ah... Danke für deine Worte. Ich bin jetzt gut. Aber was soll ich jetzt tun, wenn alle diese Kluge irrelevant sind? Das Gefühl schon, die ganze Zeit beobachtet zu werden. Ja... Ich habe ihn auch beobachtet. Es ist keine Übung, dass wir beide beobachten. Ich bin sicher, dass er uns schaut. Alter, der steht gerade im zweiten Bitter weiter. Aber... Es scheint nicht, dass er keine Intention hat, außer uns zu schauen. Vielleicht ist es etwas, das er uns sagen möchte. Genau. Er braucht unsere Hilfe. Ja, Kerl. Was ist los? Oh... Ich werde jetzt verlassen. Nein, bitte, relax. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu beobachten. Wir sind nicht hier für Probleme. Wir konnten nicht helfen, aber zu erkennen, dass du hier eine Zeit standest. Und wir haben gedacht, dass du etwas auf deiner Meinung hast. Nein, es gibt nichts auf meiner Meinung. Ich habe nur gedacht... Das Ding, das du eitst, sieht sehr lecker aus. Meine Freundin liebt das Essen. Sie ist immer sehr glücklich, wenn wir etwas leckeres Essen bekommen. Ich bin sie großartig, und ich sollte sie beobachten. Aber... Mama sagt, wir sind sehr lecker, und sie nie lassen mich zu kaufen. Oh, das heißt, eines meiner Popsicles? Ich bin Angst, dass du sie nicht findest. Es geht nicht. Meine Freundin nie hat so etwas wie das vorher. Ich weiß, dass sie einen liebten zu probieren. Hm. Ich glaube nicht, ich habe auch noch einen. Ich verstehe. Hm. Hm. Das könnte schwierig sein. Was ist los? Ich habe nur zwei Popsicles. Diese Popsicles sind sehr wichtig für mich. Und ich brauche sie, wenn wir einen schweigen Geist finden. Ohne sie kann ich nicht kontrollieren, meine Konstitution zu kontrollieren. Was, wenn du ihm nur ein Eis am Stehen gibst? Er hat seine... eine Schwester, soll es ihm beide geben? Wenn du ihm nur eins gibst? Ja. 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 Das ist ein Eis, Mann. Ja. 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 Das sind die Hinweise von so einem anderen Kumpel da, ne. Ja. Ja. Ich bin das wieder höher, da denke ich immer... Das... Oh nein, das ist ein alter Mann im Kinderkörper. Er hat schon weiße Haare. Weil dieses Geschippe wieder losgeht ey Oh Beidou und Ningguang Oder Beidou und Ningguang Und hier ist der andere Fuck hier ist der andere wieder Kaisen Figuren Xingqiu 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 Ach keine Ahnung Und und jetzt der da Weil man die ja ein paar mal zusammen gesehen hat Genauso wie ja jetzt ein Bild kam Von Von Nadiganium Geburtstag oder so Keine Ahnung Die gerade mit der Kutsche ist Oh die sind zusammen Das erklärt einiges Denk ich mal alter seid ihr alle bescheuert Die gehen nur miteinander was essen Das hört sich fast so an Wie wenn Wie war es immer Achso ja Nicht jede Frau die dich anlächelt Heißt das die was von dir will Würde ja auch gerne falsch interpretiert Soll ich sie mal mehr einrichten Weiß ich denke mir immer warum können wir in der kanne nicht so viel aufstellen Ich meine das ist auch keine größere Fläche und es funktioniert auch alles Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Was? Was? Könntest du den, der am besten sinnvoll ist und vermutlich das Werk der schweigen Spiriten? Das ist möglich. Aber es klingt zu ähnlich wie vorhanden Spiriten. Viele Leute haben oft... Hm. Wie geht es mit diesen Kluven? Das heißt... Deep in the sea of clouds... ...a marauding demon has been raiding commercial fishing boats... ...and building a luxurious palace. Or... ...in Jueyung Karst... ...there is a piece of a thousand year old amber that has gained consciousness... ...and now roams about causing trouble. And lastly... ...it's said that people often see a demon who loves eating Chili's in Wanmin Restaurant. Warte... ...es heißt, dass ich im Restaurant Wanmin das öfter an dem und meinem Verzehr von Pepperoni beobachtet wurde? ... ... ... ... ... ... Zheu-Yung Karst ist das Territory des Adepti. Wenn es so etwas gäbe, würde der Adepti anzunehmen. Okay, hier sind einige... Ein wunderschönes Mann, die eine Maske und ein Polen haben, wurde in der Distanz um den Gweili-Planen gesehen. Ja, das ist der Chao. Oder jemand sah einen Exorcist mit blauen Haaren, der eigentlich ein transformiertes Dämon ist. Warte, was? Und letztendlich ist ein vigilanter Dämon, die sich in der Mischung verabschiedet hat. Recently haben die Leute von ihm gefunden, in Mingyun-Village, Gweili-Planen und Yao Guangzhou. Das ist der Chao, das ist er. Nee, das ist er. Du müsstest gar mit blauen Haaren gesehen, der eigentlich ein verwandelter Dämon ist. Das da? Jetzt, dass du es erwähnt hast, vielleicht habe ich diesen von mir gehört. Ich habe versucht, ihn zu schrauben. Aber der Geist ist so wütend, dass ich glaube, dass wir nie eine Chance haben, ihn zu holen, ohne dass er sich zu zeigen hat. Ich habe ewig kein Herz mehr verloren. Es erscheint, dass die meisten dieser Kluge entweder nicht verliebbar oder fast nicht möglich sein, zu untersuchen. Es scheint, es gibt wenig hier, die wir tatsächlich nutzen können. Aus deiner Neugier? Von wem hast du diese Hinweise? Oh! Viele von diesen sind von meinem Freund, Xingqiu. Er ist gut geredet und sehr kennengelernt. Nicht zu erwähnen, er ist immer bereit, eine helftige Hand zu geben. Er hat mich immer mit viel rechtfertigen Informationen. Vielleicht solltest du deinen Informanten wechseln. Was für eine wunderbare Freundschaft hineinziehen. er geht immer aus seinem Weg von mir, aber er scheint nie zu sein, und er hilft mir trotzdem. Auch, er hat oft etwas Interessantes zu sagen. Sorry, ich begrenze. Ich habe hier noch eine Einzelne von Informationen gefunden. Es gibt nicht viele Details, aber es ist klar, dass es Wu-Wang-Hill nennt. Wenn wir den Test der Wunsch-Rumor von vorher entdecken, sind schon zwei Kluge da hin. Ich habe auch gemerkt, dass das Wetter in Wu-Wang-Hill ziemlich abnormal war. Los geht's und schauen. Wir könnten einfach etwas was für etwas. Okay, los geht und sehen, was wir finden können. Was ist eigentlich irgendein Unterschied, ob wir ihm das Eis geben, oder nicht? Ein Blick von der Seite. Ja, es macht echt einen Unterschied. Der berüchtige Ort des Bösen. Wahrscheinlich, weil er dann hier entweder durchdreht, oder... Keine Ahnung. Wang-Wang. Wu-Wang. Wu-Wang. Wi-Wang. Wang-Wang. Chang-Chang. Let's go. Warum steht denn da einfach eine Kiste? Hä? 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 Kannst du dir erzählen? Manche Kisten sind doch einfach neu, oder? Da sind wir, Geistropper. Whirling Snow! Ha! 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 Ich bin gar nicht einfach mittendrin. Ich bin gar nicht einfach mittendrin. Dieses Ort scheint ziemlich normal. So normal, dass ich nicht selbst fühle, dass es wert ist, zu unterscheiden. Das Gefühl habe ich auch. Wu-Wang-Hillen, ungewöhnliche Wetter und ungewöhnliche Umstände sind eine Saison von konstantem Ruhlern, die meisten davon sind unentrassbar und nie beobachtet werden. Also... Ich glaube, das könnte nur erwartet werden. Äh, anscheinend kannst du trotzdem deine Bemühungen seltener Folge aufweisen. Liegt das auch an deiner Yang-Lastigkeit? Ich glaube so. Ich glaube so. Dann würde ich immer noch die Fruiten meiner Arbeit oder welche Fähigkeiten ich brauchten, um zu verbessern. Aber zu diesem Tag, dank der vielen Exorzismen, die ich gemacht habe, habe ich noch einen einzigen Dämon gesehen. Nicht zu nennen, einen, den ich mit der Thaumaturgie gebraucht habe. Sorry, ich... sollte nicht so ranten. Ich bin gut. Ich habe... sich an solche Fühlen getrennt. Oh wow, das ist sehr hart. Gib mich auf, Jong-Yong. Seitdem wir bereits hier sind, gehen wir mal die zwei Locationen, die in der Clue bezeichnen. Alter, jetzt hoffe ich langsam, dass wir wirklich mal irgendwas finden, ey. Der arme Hund. Da oben. Da hat er scheinbar echt noch nie irgendwas gefunden. Ey, das ist aber nicht wieder der andere Typ, oder? Was ist das? Dann entsprach der Hinweis, wo der Wahrheit ist. Dann entsprach der Hinweis, wo der Wahrheit ist. Ja. Es war nicht alles in vain. Aber wir müssen nicht rashly acten. Wenn dieses Mist hier bleibt, kann es die Umgebung ganz leicht kontaminieren. Wenn es Monster, wie Helichurls, kann es sogar sogar aggressiv und gefährlich machen, zu jemandem näher sein. Oder wenn es passiert, dass es irgendwelche Sprecher passen kann, die Konsequenzen sind unimaginabel. Walte, ruhig deines Atems. Das ist die Stunde, eine Stunde, Mystiker. Mein Glück. Du bist ziemlich ruhig. Du bist ziemlich ruhig. Exorzismus ist ein solches und sehres Thema. Es ist auf mich, wenn du oder jemand anderes verhörst. Es gibt keinen Zeitpunkt, zu verlieren. Los geht's. Es scheint, dass es hier schwelle Spirits gibt. Und nicht die weckere Variety. Los geht's. Los geht's. Wir haben halt doch mal was. Ich glaube, es ist ein kleiner Kumpel. Alter, verarscht ihn bloß und gibt mir aber trotzdem echte Hinweise. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Soll ich sie nur besiegen? Ja, ich weiß, war ein bisschen viel Ruckgespacke am Ende. Ich hatte keine Ahnung, wie mächtig deine Yang-Lastigkeit ist. Es muss mich als ein Gefahr von einem langen Weg entfernt werden. Das ist, weshalb er so viel Haste fuhr. Es scheint, dass es noch nicht der Kind der Spirits, der meine abundante Yang-Energie überkommt und mich aufhören kann. Aber wenn wir uns nicht um ihn kümmern, könnte er sich einfach an einen anderen Ort begeben und dort Menschen verletzen, oder? Ah, keine Ahnung. Ich werde es für ein paar Tage weiterentwickeln. Schau dir, dass wir ihn nicht ein für alle Mal erledigen können. Ja. Sie verletzten, das würde sicherlich alles für unsere Erfolge machen. Hm? Warum seien du so entschuldigt? Helfen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass das Ganze die reinste Zeitverschwendung war. ziemlich das Gegenteil. Nicht nur haben wir die Erfolge des weiblichen Spirits, aber auch haben wir diese Monster gehalten. Wir haben unsere Arbeit als Exorzisten gemacht. Mein einziger Erschmerz ist, dass ich es nicht wegführen konnte, mit meiner Thaumaturgie. Aber ich bin bereits bereit, mein Leben dieses Ziel zu sparen. Also ich habe keine Erschmerzen. Hm, du hast wohl recht. Ja. Also bitte, aufzuhören. Natürlich. Ich hätte nie erwischt, dass du in hohen Spirits zu sein. Eigentlich, ich wollte auch dich bedanken, dass du mich nicht verlassen hast, selbst mit meiner besonderen Kondition, und dass du den weiblichen Spirits bis zum Ende zu helfen hast. Selbst wenn wir in einem unglaublich starken Dämonen hätte ich mich viel sicherer mit einem erkrankten Sprecher wie du bei meiner Seite. Ich tue nur meine Pflicht. Na ja, ich habe es geprägt. Oh, es scheint, das Wetter zu sparen. Daher geht's. Lass uns mal schauen. Hm. Vielleicht ist es nichts zu überdenken, nachher. Selbst wenn ich nicht mit diesem weiblichen Spirits kam, zumindest ich habe dich kennengelernt. Ich bin kein Bösegeist. Oh, nein. Das kam falsch. Was ich zu sagen, ist, wir sollten nicht nur auf die Erschmerzen und Erlösen unserer Reise fokussieren. Die Dinge, die du siehst und die eventuelle, die du im Weg hast, sind ziemlich wichtige Rewards. Okay. Glück im Unglück. Im Vergleich dazu sind die Dinge, die man sieht und die Ereignisse, denen man dann auf dem Weg begegnet, eine ebenso wichtige Belohnung. Ich will ehrlich sein, es ist immer noch eine Enttäuschung, Alter. Wir haben immer noch keinen fucking Geist gesehen. Was soll denn der Scheiß? Und keinen bösen Dämon. Ich will jetzt einen Dämon haben. Verdammt nochmal. Gut. Dann bedanke ich an der Stelle, bei euch jetzt zuschauen. Und wir ziehen uns enttäuscht aus dieser Folge von Dunnen. Ja, von Dunnen. Mal schauen, ob wir doch irgendwas sehen. Vielleicht müssen wir den zwei Eise geben. Damit er wahrscheinlich am durchdrehen ist oder so. Und dann kommt der böse Geist und fittert seine Chance. Oder irgend so ein Käse. Ist wahrscheinlich schon so. Oder wir müssen ihm dann Eis besorgen. Juhurra. Zwisch, zisch, zisch. Saint Jung treatment. Also. Danke fürs Zuschauen. Machts gut. Bis zum nächsten mal. Servus.